Bringender Aufruf an alle meine Zuschauer, die in Sachsen wohnen. In Sachsen finden bald Kommunalwahlen statt und das BSW möchte dort antreten. Nun ist es aber so, dass wenn man in Deutschland zu Wahlen antreten will, dass man dann entsprechende Unterschriften abgeben muss. Diese Unterschriften kann man in den jeweiligen Rathäusern abgeben und in Sachsen kann man für die Kommunalwahlen, die bald stattfinden, bis zum 4. April Unterschriften abgeben, damit das BSW daran teilnehmen kann. Wie gesagt, das geht an alle BSW-Unterstützer, die in Sachsen wohnen. Bitte unterstützt das BSW, bitte sorgt dafür, dass es an den dortigen Kommunalwahlen teilnehmen kann. In diesem Sinne, wie gesagt, ich wurde aus dem BSW-Umfeld aus Sachsen dazu gebeten, diesen Aufruf hier zu machen und das tue ich hiermit gerne. Ich werde dazu wahrscheinlich auch bald einen Talk haben. Also, wenn ihr das BSW unterstützen wollt und in Sachsen wohnt, dann macht euch vielleicht mal auf und leistet eine Unterschrift, damit das BSW dort auch an den Wahlen teilnehmen kann. Und dann muss euch diesen einer Besuch, die im её